Wohin? Sehr los! Acht Monate Treue! Dankeschön! Ab in die Dark World! Fight for Sora! Danke für deinen Zapplück, aber die Glücksknilze! Äh, danke für die Treue. Ja. Das ist richtig. Vollwurst. Alter, da ist der... Mein Zinken juckt, Falco. Mach mal was dagegen. Danke. Besser? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Wenn es halt nicht hilft, dann tust du es halt anders. Auf in den Dungeon der Dinkelheit! Alex, sieben Monate Treue. Dankeschön dafür! Was ein Bartbrudi! Geil! Stimmt, du hast den lang nicht gesehen, nicht wahr? Dankeschön, Alex! Im Zirkus-Soldar! Danke, dass du... Wolpe... Neffe und Onkel Dagobert als Glücksknilze adoptiert. Das von euch drei willkommen bei den Glücksknilzen! Vielen Dank! Jetzt hab ich meine... Jetzt kannst du deine Verdienste sogar lagern. Und Onkel Dagobert, finally! Das stimmt! Onkel Dagobert, light mir den Speicher! Fuck, hier komm ich auch nicht rüber! Natürlich bin ich falsch gelaufen. Du musst unten lang, glaub ich. Mhm... Mhm... Findest du den Weg noch? Mhm... Dam-bam-bada-bam-bam... Alter! Die... Batsche Piranha-Pflanze außerdem! Kommt die dann auch in Smash? Hm... Ich weiß es nicht! Ein Skin? Leute, hier habt ihr es zuerst gehört. Die Piranha-Pflanze ist Kennenly... Audrey... Aus Yoshi's Island. Safe! Safe! 100! Confirmed! Auf jeden Fall! Confirmed! Guten Abend, Attika! Was war... Hat Onkel Dagobert eine Karte seines Speichers? Quasi eine Speicherkarte? Fuck, wir haben nur den Stream! Der hat einfach... Der hat einfach einen Speicher! Das ist so dumm... Ach ja... Ich hab btw auch so ein ganz... Ganz bisschen off-topic... Ähm... So Piranha-Pflanze wurde ja erst so... Strapol und so gehalten... Von Kudaganheimer... Vor wegen... Ey... Findet ihr sie okay oder nicht? So zum Belize irgendwie so... Nee... Weg... Nee... Keine... Und jetzt halt so ein paar Tage später... Aber doch, die ist echt ganz cool und sowas... Keine Ahnung... Der Hate hat es so ein bisschen nachgelassen... Was ich halt natürlich gut finde, aber auch so... I mean... Sie sieht halt sick aus... Ich find, die ist nur feierbar... Das ist so absurd... Und ein Statement einfach gewesen... Ja... Man kann es halt einfach nicht haten... Von Sakurai dachte ich so... Bros... Ich entscheide am Ende, wer ein Charakter wird, okay? Ja... Und ich mein... Das sagst halt du... Ne... Du hast deinen Isaac ja auch nicht bekommen... Richtig... Ist ja nicht dein Sinn... Okay... Well... To be fair... Dafür hast du Ridley, Simon... Ich hab Ridley, Simon... Tags aus... Und K. Rool bekommen... Also... Du kannst dich Iki schon nicht beschweren... Wir haben einfach vier von meiner Liste bekommen... Das wär's denn, wenn du auch so sagst... Echt? Isaac, musst du... Okay, nehm... Scheiß spielen! Oder... Oder wie die meisten... Ja... Vorbestellung storniert gerade... Genau! Dann kriegst du ja was anderes... Dann kriegst du das Spiel nicht... Ach boys... Pass auf... Ich denke mir so... Ich denke mir so... Mit den Newcomern, die sie reingepackt haben... Haben sie schon genug... Auf die Fans... Was für die Fans gemacht... Okay... Erstmal drei Euro... Kann man eigentlich lukrativ in deinen Bart investieren... Dann hier mal die erste Anlage... Weiß nicht... Kannst du mal gucken, ob du darauf... Ob das funktioniert... Einfach mal anmelden... Dankeschön für die Spende! Ähm... Sakura hat so viele Wünsche... Also generell alles, was Falco hat genannt hat... Plus noch Chrom und Melinda... Ja auch Melinda war ein sehr großer Wunsch... In der japanischen Community nämlich... Ähm... Das waren alles big... Also das waren alles so... Das waren alles so Charaktere von der großen Liste... Alles Fanwünsche... Es kam nicht aus dem Nichts... Und da denke ich ja bei der Pflanze halt... Ja mein Gott... Dann lass Sakura doch einfach mal einen Charakter machen... Wenigstens... Wo er selber sagt... Ja ich hab jetzt Bock das... Zum Funktionieren zu bringen... Mhm... Dann lass ihn doch die Pflanze halt... Mein Gott... Das heißt jetzt nicht, dass ich will... Dass alle sagen müssen... Die Pflanze ist der beste Charakter... Wer was anderes sagt... Der ist dumm... Nö Quatsch... Muss man bei... Sollte man bei keinem... War halt immer so... Ja... Aber mir geht es halt einfach darum... Im Sinne von... Ich find's halt dumm wenn er sagen... So sehr scheißt Nintendo auf seine Fans... Das klingt halt schon lustig... Wo ich mir so denke... Ja genau... Nachdem... Nachdem sie acht absolute Top-Wunsch-Kandidaten reingepackt haben... Natürlich nicht alle... Aber halt... Trotzdem schon einige... Sie wird schon von vielen... Also sogar vorher so... Ich meine jetzt auch so... Ich wollte den vorher nicht wirklich haben... Ich hatte nix gegen... Aber jetzt guck ich mir einen an... Der... Der sieht halt gut aus... Der sieht spielbar aus... Und sparsig... Das bleibt die Pflanze halt auch so... Ich war ja nicht so bege... Hab ich mal gesagt... Ich war ja nicht so begeistert von vorher go eigentlich... Also... Nicht im Sinne von... Von der Ankündigung... Sondern als äh... Es gab ja Leaks und so weiter... Als ich gesehen hab... Vorher gekommen rein... Und dachte mir so... Hm... Weiß nicht... Gäbs irgendwie coolere Pokémon... Aber wo ich ihn sehe... Der sieht schon sick aus... Und... Sparsig und gut umgesetzt... Hab ich einen großen Schlüssel überhaupt? Natürlich nicht... Hm... Also das ist halt das... Was Smash halt auch cool macht... Smash kann irgendwas reinpacken... Sieht aus wie ein Kämpfer... So jetzt zum Beispiel Isabel... Alex mit der 3,50 Spende... Für den Döner... Der im Barte hängen bleibt... Dankeschön Alex... Ich dachte schon... Ich dachte schon... Ich dachte schon... Ich soll Falco jetzt einen Döner spenden... Du weißt das die Antwort drauf gewesen wäre... Nö... Dank fürs Gäste... Nö... 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 Ne... Ist halt cool... Also darum geht's halt... Basically nur so... Also... Sakurai ist halt in dem Spiel... Mehr denn je auf... Auf Wünsche eingegangen... Ähm... Verdienste ne... Da ist er... Da ist er... Weil 2300 ist halt nicht genug... Also ich für meinen Teil Leute... Roote jetzt für zwei Charaktere noch... Als DLC... Für einen Charakter... Mit einem weinenden Auge... Weil ich weiß... Dass das höchstwahrscheinlich nicht passieren wird... Und das ist einfach zum Keck... Felix... Let's go... Ähm... Oh der Eis starb... Nice... So Leute... Es läuft... Damit ist 7. Dungeon auch machbar... Pock... Geil... Pock... Ist gut Leute... Ist so gut... Ähm... Felix... Das ist quasi der... Main-Character aus Golden Sun 2... Also... Also... Äh... Es ist ja nicht ganz tot, ne... Also... Kann ja sein... Ähm... Aber ja... Wen ich mir wirklich noch vorstellen könnte... Shantae... Und würde ich mir auch wünschen... Also... Shantae ist jetzt so der... Für den ich es am meisten rute... Skyquarka 19,99€... Wollte auch mal wieder eine Kleinigkeit da lassen... Sagt er... Und spendet einfach erstmal 20 Tacken... Dankeschön... Skyquarka... Sehr sehr großzügig... Auch... Von deiner Seite aus natürlich... Dass du deine Verdienste... Mit uns teilst... Vielen, vielen Dank... Sehr sehr lieb... Vor... Blockchain... Da ist sie quasi... Lief's... Yikes... Ähm... Aber ja... Aber auch wieder... Ist egal... Wer jetzt da als Spirit und so da ist... Das ist keine... Ja, Spirit ist kein D-Confirm, Leute... Me-Costume auch nicht... Das ist keine D-Confirm... Äh... Ja... Das gab's noch nie... Ich glaube auch nicht... Ehrlich gesagt... Die machen das nicht... Ich würd sogar schon sagen... Safe... Weil ich glaub... Fast nur Datalos... Macht da so die Ausnahme... Von wegen... Ey... Ich bin ein Boss Gegner... Und ich bin der Helfer Trophäe... Aber ich glaub nicht... Das mit... Spielbaren Charakteren funktionieren wird... Ja... Same... Ich glaub die jetzt... Alle die als Helfer Trophäe drin sind... Sind quasi... Die sind weg... Auf die brauchen wir glaub ich nicht mehr auf... Deswegen... Weiß nicht... Ich mein... Ich könnte natürlich noch weiter für Isaak... Ich mach's ja insgeheim auch noch... Aber... Ich glaube... Ich investier meine Energie jetzt lieber in einen Charakter... Der einfach... Also für jetzt jedenfalls... Der einfach wahrscheinlicher ist... Wär Isa keine Helfer Trophäe... Dann hätte ich gesagt... Ja volles Rohr... Aber... Du wirst ja doch leben... Richtig... Er ist leider eine Helfer Trophäe... Auch wieder... Er ist halt... Er ist halt das Face von Golden Sun... Aber who knows... Aber es hieß... Dass Kämpfer keine Spirits sind... Ja aber... Bei Dude... Es gibt... WeFit hat ein Spirit... K. Rool hat ein Spirit... Diddy hat ein Spirit... Mario... Hat man alles schon gesehen... Daisy hat ein Spirit... Die haben auch alle Spirits... Genau... Das sind ja... Du hast ja die Rankings gesehen... Diese Legendary Spirits und Apex und so... Genau... Du musst dir das vorstellen... Spirits sind wie Trophäen... Und weißt du wer auch eine Trophäe war... Wo vorher ein Kämpfer wurde... Mewtwo... In Smash 4... Es gab eine Mewtwo Trophäe... Der hat trotzdem das Kämpfer gemacht... Und das Spirit ist basically der Satz... Das Spirit deconfirm... Gar nichts... Yes... Und Mii Kostüme ist auch kein Dekonfirm... Ja ich hoffe auch... Xenoblade 2 Charakter wäre natürlich nice... Würde ich auch feiern... Ja... Ich meine wie gesagt... Da... Zur Entwicklung war es halt... Zu spät... Bezüglich Xenoblade 2... Aber jetzt mit DLC... Kann sein... Das einzige was ich nur hoffe... Was hoffentlich nicht der Fall sein wird... Und es gibt ja auch hier... Ich werde jetzt nicht darüber sprechen Leute... Weil ich weiß dass manche das nicht mögen... Es gibt natürlich... Mal wieder... Leaks... Zu DLC Charakteren... Leider von dem Typen... Der... Jeden einzelnen Charakter richtig vorhergesagt hat... Und die Charaktere... Tönen mich leider hart ab... Muss ich sagen... Weil das für mich halt wieder so... Wirtschaftsentscheidungen sind... Und nicht halt so... Ey geil Charakter... Versteht ihr? Also im Sinne von... Figuren die halt offensichtlich reingebracht werden... Um irgendwas zu promoten... Bin ich leider nicht so der Fan von... Hab ja da auch wieder... Ich glaube ich... Ich glaube selbst dem... Selbst dem kann man missvertrauen... Who knows... Ich hoffe einfach... Ich hoffe einfach dass es nicht stimmt... Die haben ja wahrscheinlich nicht mal wirklich angefangen... Und sie können ja was in Planung haben... Aber es dann doch... Abändern... Ah so sah der Raum aus... Nein... Das macht dir sogar irgendwie Sinn... I'm a simple man... Mir ist es egal wer reinkommt... Es warst du jetzt sowas schon... Ten out of ten... Er hat ihm aber zugestimmt... Ryokuda... Darum geht es... Das ist Reinhards Schild man... Er bricht's... Berrios Fading... So... Ja wieviel Silberpfeiler hältst du denn aus? Einen... Jikes... 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 Es sind Silberpfeiler oder so... Geil der Kompass... Jaaa... That's what we need... Gell! Son Goku wäre mega, mhm, fände ich auch. Mega scheiße. Sorry. No, no, no hate, aber ich will einfach kein Anime in Smash, bitte nicht. Aber das ist mein, das ist mein Personal Bias, ihr könnt euch den ja gerne wünschen. Ist ja bei ihm so, mein Gott. Gibt immer Charaktere, die man mal mag oder nicht mag, am Ende mag man sie in Smash. Ey, ich hab nicht, ich sag nicht, dass ich Son Goku nicht mag, ich will die nur nicht in Smash. Ne, ne, ich meine die Inclusion, ich meine ja die Inclusion in Smash, so gesehen. Gibt ja auch viele Leute, die wahrscheinlich sagen, so Cloud wäre over the top oder so ein Ding. Die ganzen Smash-Scapes in Brawl-Zeiten. Raimu ist in erster, Raimu vor allem, Raimu ist in erster Linie ein Spielcharakter, also natürlich zählt das. Äh... So. Den unten kann ich nicht machen. Mir fällt grad auf, den muss ich auch gar nicht machen, basically, wenn ich den... Wartet mal, Leute, wenn ich jetzt, wenn ich den Dungeon oben machen kann... ...was ich glaube, ich sogar kann... Domi, danke für 10 Monate Treue, vielen, vielen Dank! Dann muss ich die unten links doch gar nicht machen, oder? Hab ich grad nen Denkfehler. Weil ich brauch die ja nicht, die Medaillons. Oder ist das Spiel anders geskriptet? Hm. So oder so muss ich jetzt sowieso erstmal wieder zu Metroid, weil ich auf den... Wobei, den brauch ich ja jetzt nicht mehr. Du 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 du... Lalalalalala... Hab ich den Subcard verpasst? Oder bin ich schon so doof, dass ich... Äh... Okay, Leute, dann gehen wir jetzt zu dem siebten Dungeon hoch. Den ich meine, ich machen kann. Ich hab ne so einen Mariastab, ich hab beide Elementarsterbe. Hm. Sieht doch gut aus, oder? Die Lampe haben wir auch. Aber die 10 Master Pfeile! Mh, ich glaube tatsächlich, wir können beide Spiele jetzt schaffen. Was doch schon mal geil ist. Wir sind schon mal ne gute Basis, ja. Haben wir die Flossen? Ne, die haben wir noch nicht, aber... Ich glaub, die brauchen wir auch nicht. Ja, ich glaub, die brauchen wir auch nicht. Na, Dungeon? Ich weiß ja nicht, wie es da jetzt... Screens abläuft. Und Schuhe. Ich werde nur lurken, da ich mit dem Wagen da im Bett liege. Yikes. Gute Besserung. Söchen. Söchen, Söchen, Söchen. Leute, Yu hat Muffins gemacht. Und dann hat sie nochmal Muffins gemacht. Und jetzt wird sie bald nochmal Muffins machen. Geile Story, oder? Ey, das ist ein Energietank. Muffins. Sie hat quasi dich erstellt. Not again. Los, verputz mich schnell. Ich will das nicht nehmen. Muffins. 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 Da auch wieder... Setz dich so vor den Tisch. Muffins. Muffins. Muffins heißt mehr Muffins und mehr Dante. Was? Dantin. Das ist ein Falco-Charakter. Alter, meine Stimme gerade. What the fuck? Muffins. 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 dass wir das gefunden haben. Das hätte ich gar nicht reingehen können. Strahlen waren ja auch schneller als Sonic. Ja, aber Sonic ist langsamer gelaufen, weil er Pikachu helfen wollte. Ich bin netter so gerne. Ich hoffe, sie wird in Ultimate, so wie Meta Knight in Smash 4. Also langweilig, weil dann nur mit einem Movie-Belible einer kommt. Wer ist in der Leible? Ach, Meta Knight. Ich mein, ich mag Meta Knight zu spielen, aber... Halt, du spielst im Leder rum und das fand ich leider langweilig nach einer Zeit. Das stimmt. Ich konnte das nie, deswegen hab ich Meta Knight immer schlecht gespielt. Also ohne das. Ja, ich mein, White Border. Ich benutze gern Downer, I guess, aber... Ich glaub, der wird cool in Smash. So wie viele andere. Das schönste an... Äh, okay. Achso. Das schönste an Smoosh... Smooshly Mate, wollte ich gerade sagen. Jetzt hab ich dieses Smoosh gesagt, ey. Smoosh, mui. Smoosh, Alter. Mei. Ich werd das nie akzeptieren. Jedenfalls ist das total viele Animationen neu gemacht worden, ne? Ich hab da so viele schöne Sachen schon gesehen. Ah, ja. Ich hab auch so'n King dafür, ey, das ist nicht normal. So F-Throws und so'n... Ja. Ja. Es gibt einfach nicht mehr dieses Gefühl von... Hey, es gibt jetzt Klone. Einerseits heißen jetzt Echos und andererseits... ...unterscheiden sie sich sogar, like, auch animationstechnisch. Was ich cool find. Ja. Exai, danke dir für viele Monate Treue, vielen Dank! Mh... Ach, hier waren wieder die blösen Fliesen. Die Dinger, die der Spiegelschild nicht abwehrt, warum auch immer. Ich find' alle Visual-Updates gut, die ich gesehen habe. Hm. Das einzige, was ich mir noch wünschen würde... ...aber das ist ja wieder so ein Meckern auf hohem Niveau, weil ich das immer noch nicht mag. Ich mag es überhaupt nicht, dass die ganzen tierischen Charaktere halt so dumm rumgrunzen. Außer bei Ridley, da passt es halt. Ach, meinst du jetzt so Bowser zum Beispiel oder was? Bowser halt nicht seine echte Stimme hat, Donkey Kong nicht seine echte Stimme hat. Das ist Diddy halt, klingt einfach wie ein normaler Affe. Das gefällt mir gar nicht. Gibt's hier überhaupt... ist hier gar nichts? Ja, was muss das sein? The fuck? Hm. Hm. Gut dann, anscheinend nicht. Gut, dass ich hier hingekommen bin. Das geht noch nicht. Was da meineука? Also abseits von den Stimmen wirken die Charaktere halt wunderbar authentisch. Find's auch schön, dass viele Charaktere neu aufgenommen wurden. Da war ich nämlich schon länger übrig, weil ich war dafür schon länger, weil die war Der ist einfach total outdated, klingt einfach nicht gut, klingt so gelangweilt. Ach so, weil die Ballstimme, weil die Ballstimme übernommen wurde damals oder was? Ja, und ich glaube, das war viel zu früh alles. Go again! So, sollte ich es gleich machen können. Ja, ja! Wunderbar! Jetzt wird der Teig rollen. Nein! Äh! Nein, nein! Nein, nein, nein! Schalt dich zu sein, ich geh wieder. Oh! Hm! 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 Boah! Vorbein, ey! Du bist die Sandwich! Ah!